es ist so ist so ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rammeln dabei sind der Durk Plak und der Milchschi, guten Abend. Willkommen in der heulenden Schuhe. Ja wer das verdreht gefällt hat, ganz viele lustige Sachen gefällt. Das ist cool, dass ich spiele einfach einen Champ, den ich überhaupt nicht kenne. Ach, das finde ich das einzig schlimme an Aram. Mach die kaputt! Am Aram, ist doch furchtbar, man kriegt irgendwelche Random Champions. Äh, wo sind wir denn? Oha, Hilfe! Und der ist für Ausplatz. Ah, nein bin ich nicht, Junge. Ich kann das. Ich bin gut. Ich hab beide getroffen. Hammer. Haha, ich hab den auch nicht mehr geschossen, beide getroffen. Fuck yeah! Ja. Ah, wieder weg. Und erst los. Ah. Ich war es nicht. Ganz ehrlich. Das ist, was? Ja. Merkmal. Irgendwer musste für Ausplatz sein. Ich wollte einfach schon mal weghaben. Ja. Hab. 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 Ja. Ja, ich hab natürlich mega gefailt, weil der Darthus natürlich ihn rangezogen hat. Was will'n Weg nur schubs? Woran ich... Oder, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hab. Komm fick' den Tower tot. Guck auf, jetzt kommt er in den Block an und ich hau' dich zu. Ich bin auch gleich da! Eine Jahrzehende Stunde! zwei stück sollte vollkommen ausreichen ich habe auch keine Hilfe ich meine du kannst ja noch trainen oder so aber hallo ich bin förmlich ge... you know? äh was? du? nein war zu weg gerade flasht sie sich einfach weg das finde ich freck tja! will ich dann wieder auf mich! warum? warum? ja weil wegen und so äh ich hab das gekillt oh ich will assist mich was soll das denn? die weg leblanc ob ich sie hasse nicht null ist tot ich wäre schon mal froh dass du voll liegen ja von der stil voll das ist echt gloppel ein Junge was ein homopimmelpirat ah was? ja moin ein Pimmelpirat nur der mich will da ist heilend voll der krank wir haben ja einfaches Stil gucken wir an und wir schon wieder unter dem Tower steht hallo das ist viel cooler unter dem Tower zu stehen so 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 wie das ist ja das ist ja viele junge deine phase hast du ja nein ich sterbe ich sterbe niemals so jetzt habe ich die ulti immer noch nicht gesehen ich habe sie gerade gemacht weißt du die kranke und hier aber auch die jungen heute ist ein fail warst du das ja ich hab's so wie willst du es sein haben ein wenig mitbekommen geht weg nein Nein! Wartet jetzt der Tod. Ohhhh. Hätte ich nicht gewartet? Ja, direkt tot gewesen. Alter, was ist das für ein Rumgejuppe, was ihr da veranstaltet? Ich würde sagen, ein Rumgejuppe. Ich komme, ihr Schweine! Der Feinste? Ja, ich würde sagen, Outplay. Ein wenig. So, ein wenig. Außergewöhnlich. Auf ihn mit Gebrüll. Hinterher. Und wie ich wieder im Tower stehen. Okay, wie ich einfach mal 14 Assist habe, ey. Ich hab 6. Äh, Kevin? Ja? Äh, ein Kanzler, die Todeskanzler, die ich noch mal sehen. Okay, ich werde... Es lohnt sich, die zu sehen. Weil es sieht ziemlich krank aus. Ah! Tank mich einfach gut. Wow! Verdammt. Warum? Ich hoffe nicht, meine Maus war. Also... Ne. Keine Ahnung, wenn der Reinector noch einen verdammelangen Cooldown hat, Alter. Reinector ist aber ziemlich stark. Ist ein sehr starker Toplaner. Hm. Oh, das war der fucking... langen Cooldown, Alter. Versuch zu überleben. Komm mit meiner Ult. Versuch zu überleben. Die Ult wird jetzt die Situation... Ja, ohne Witz, ey. Wenn du sie einmal reinziehst, die Ulti, ne? So. Guckst du dir an? Warte, pass auf. Ja, okay. Das ist jetzt nicht, aber... Nee, das lohnt nicht. Das war jetzt keine Ulti. Nee, das lohnt jetzt auch nicht, weil die alleine sind. Ja. Okay. So, jetzt, pass auf, da. Warte, 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 warte. Genau. Jetzt, jetzt. Okay, okay, warte. Ah, scheiße. Boah. What the fuck? Das ist die Ulti. Alter. Oh mein Gott, es hat ein Augenlaser. Töte das! Das ist... Kann ich nur ein Augenlaser. Ein Stück kombiniert! Von Gott! Reicht... Drei Stück! Ach, komm. Ich komme, meine Freunde! Wir rennen alle weg! Da ist... Da ist ein Sitio Honey Tank und alle rennen weg. Was soll das? Weil mich mir ein Block gefütet hat, Kollege. Da! Komm, den rennen! Oh, nein. Verbündet nach. Ich komme so einen Nocturne leider nicht mehr mitziehen. Ich wollte, es ging aber nicht. So gut ist nichts. Ey, was ist besser, Drillity Force oder der Entropy? Doch, wir haben morgen eine Betriebsversammlung. Ich bin einfach eisgott ignoriert, danke. Er weiß es nicht. Was hast du gesagt? Drillity Force, oder? Drillity Force oder Entropy? Ähm... Entropy war? Äh... Ein Hammer mit 225 Health und 55 Tag Damage. Steck da eigentlich, ja. Würde ich jetzt sagen. Du weißt das, Drillity Force. Ja. Steck da eigentlich nicht. Ja, okay. Hatta... 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 Ach, komm. Ich fliege! Ähm... Ach... Ist doch nicht wahr. Irgendwie ist grad du. Und wie ist es jetzt wieder. Ach... Ach, ne... Das ist irgendwie super... Leute, ohne Witz. Ja. Ohne Witz. Ich hab mein Ulti wieder. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich hab mein Ulti gear. Ohne Witz. Japanese fluieren... Uitta! komm schon! Oh, danke! Mach mal in diesen Fick Tower kaputt, Alter, der geht mir echt auf den Sack! Oh, 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 schade! Moment! Ich komm schon, aber ich hab's nicht echt reiflich! Nein, na, siehren Scheiß angemassen! Ich will wenigstens einleitzen! Da! Ich bin da, ich bin da jetzt, seit der 5, die so nach Hause stehen. So, weil ich das kann! ich bin tot die tausend nicht deine freundheit also ich zieh mich gleich einfach voll tanky hoch und dann ist mir das scheißegal schade der russ zu rupt weil ich es finde ich direkt einfach übelst langsam ohr alter kill it kill it will fire ja wie gesagt das ist eigentlich ein ziemlich starker was ein stil tschuldigung es hat mich bespuckt ich auch mal ich sehe so ist das wieder im grauen grau noch großartig verhabe ich bin einfach dann rein das ist ein Tor kämpfen aber ich wollte darum nicht geht die andere als Glück hat bei dem Anruf da wo ich auch gut bin doch stand schön im Tor gestanden ist das herrlich können jetzt entweder genau so was für meine will die da rein kriegt er mich noch alter das wird langsam kenne ich irgendwoher das ist so mal Prozent Euro es ist nicht einfach so na das erst dann kam ziemlich oder ein Glück ließ das viele Blanc die Rekette daneben gemacht hat ansonsten wäre der da ist tot und heutzutage Städtchen kaputt gemacht daneben lehnen lehnen ist und und Was haben wir gerade in den Arsch gerettet? Was haben wir gerade in den Arsch gerettet? Aber richtig fett. Wie die Krähe einfach, wer durchflog und sich alles geholt hat? Ja, weil ich davor meine Club der Däne gemacht habe. Und tschüss. Was? Holy mobsack. Ich wurde gestand. Das war geil. Au. Wow. No. No problem, mein True Damage hau dort wieder raus. Ja. Guck mal, wie die Lip Lock versucht, den Power zu tippen. Komm ich hier oben. Ja, Black. Keine Hölle. Hä? Wir werden sterben. Okay, wir laufen weiter. Die kommen gerade mit ein paar zu vielen Leuten. Hat der Daris gerade? Ja, hat er. Alle Heilkreuze. Weil der einfach mal so gut ist, dass er alle Heilkreuze nehmen kann. Ja, der so gut ist der. Und immer noch nur die Hälfte des Lebens hat. Fug gut. Fug gut eigentlich fühlen. Die Le Blanc. Ich hab mich erwischt. Ich möchte nicht so Le Blanc haben. Ja. Eine. Ein Todeskampf. Oh, ey. I'm a fire with my laser? Oder was sagt er? Ja. Wow. Wow. Na schön. Fress Wuldi. Oh, ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Ich sollte gehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich tanke mal ne Runde, ne? Ja, ich bin. Oh, Junge. Oh. Oh, wie ich überlebt hab. Wie lange ich auch gestanden. Ich hab mein Sohn ja das anmachen können. Oh. Oh, ich lebe doch. Komm, die holen wir uns. Was ich hol mir die? Pew Pew, sie mit deinem Laser. Los. Der Laser wurde aktiviert. Aktiviert. Du, dumm. 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 Ich bin ja mal weg, ne? Das war ziemlich greedy, was du mir grad abgesagt hast. Ja, das war aber Absicht. Ich musste sterben. Ich wollte Knete. Nein! Ich musste was kaufen. Ja, ja. Mal, ne? Du warst ja noch nicht neunmal gestorben. Ach, Quatsch. Ach. Oh. Mal. Ich will immer es auch sterben. Aber wenigstens hab ich dann auch jedes Mal einen mitgenommen. Das ist doch auch schon mal. Ich will sterben, ne? Das ist quasi unmöglich. Haha. Haha. Erzähl mir noch einen. Ich hab keine Seele. Hallo. Ja, weg. Ist so. Rimmst. 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 Na, komm. Harrison Rabbeli und wie? Na, komm. La, komm. Rimmst. Rimmst. Na, komm. Rimmst. Zwei Quadratiere. Spectroker papelame ist, frit Fashion. Ich hab das heruntergelravend. Aber ich bin ja so Hoje sogar jetzt. Und dann pictures contrary zut нагrattern. Klatsch-Klatsch Städte auf dem Gebüsch Wartuswürdig ist alle kaputt gekloppt haben was die dann dauert tot und so bester Plan auch wenn ich ihn nicht verstanden ich auch nicht das könnte Prozent problematisch ja was nehmen wir zuerst das hässliche Blanc-Tier-Alter Ruhe Sterbe-Vlog-Tier-All sie hat irgendwie alle Tote so ja noch ein bisschen möchte ich nicht hinnehmen muss ich aber was haben die denn eigentlich für eine Haupt Bläh muss ich auf Magic gehen, ne? hört mich jetzt gerade erst auf, aber oh, dann hab ich den Darius den Hintern gerettet Alter komm hier ich hab mit Abstand von neun oder acht der ist jetzt als jeder andere aus unserem Team ich hab 25 ich hab 34 fuck, was hast du geschrieben? ey, sie haben keine Tauern mehr ja, aber sie haben doch ein Inhibitor scheiß auf, wie ein Inhibitor ach, das scheiß Nektor und Nocturn zu Ende gut, ich hab den Darius am besten Tschüss NOIT Oh jo, was sagst du? alles easy ich bin unterwegs ich auch hilft mir mit Jubs ha 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 Nice ich bin da komm ich daran? äh, firein' my Laser und da ich habe mich ganz gut gefressen die wollen Alter was hat die LeBlanc eigentlich für ein Damage gefickt, Alter Alter und genau das LeBlanc und Belga, die kriege ich die ganze Zeit ab Jeter war kackte Urkennade dann seht ihr mal wieder so einfach Puff, ich platze einfach ich kann nicht so einfach platzen, aber ich bin einfach mal mit zwei ich war immer mit zwei Angriff tot wie er immer so eine hohe Fistelstimme kriegt, wenn er sauer wird das kann ich macht sie kaputt, macht sie kaputt was soll das denn? Alter Alter, mal ne Runde rein, Alter Ah, nur bisschen langsam Ein Gegner wurde getötet Mal kaputt, Jun Ich hab das Gefühl, ich hab meine Schuhe falschrum an, so langsam wie ich laufe Nein, nein! Fick dich mega! Fick dich! Ich hab das Gefühl, ich hab die Schuhe falschrum an, so langsam wie ich laufe Das Gefühl kenne ich irgendwo her Mann kaputt, ey! Ja, einfach direkt Wollen wir, ey, beenden jetzt Halt die Klappe Ein Small, was soll er denn? Und die anderen eigentlich Halt die Klappe Hä, wo war ich denn jetzt auf einmal? Hä, wo war ich denn jetzt auf einmal? Mich hat gerade mal, äh Wo ist der still? Wie kommst du mal? Von da wo der Welger tot rum liegt Da wo ich jetzt alle steht Komm ich da hin? Tauerei Ich meine, ich lag gerade schön in der Base von diesem Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Hau uns rein! Ciao, ciao! Ich lag eine Runde in der Base, was soll's!